Warte mal, ich guck mal, warte. Ah, Potatos. Ich hab keine Potatos. Haben wir keine Potatos? Wir haben keine Potatos. Wir haben keine Potatos. Also, überhitzen kann ich in der Hölle nicht mehr. Ja, das weiß ich. Slash, ich hab keine Probleme mit in der Hölle zu überhitzen. Ja, aber wenn du Lava reingehst... Viel zu minimal. Aber das kühlt bei mir viel zu schnell wieder ab. Minimal. Bleibt bei mir auch minimal. Das kühlt ganz schnell wieder ab. Ja, ja, das... Abkühlen gehst du dann wieder in die normale Welt. Nö, das kühlt so bei mir ab. Brauch ich nicht. Ja, weil du im Water Tank hast, ne? Wenn ich aus der Lava ausgehe, hab ich so ein Kühlungssystem eingebaut mit. Eben. Ihr habt alles auch auf Massenweise überstellt. Ihr braucht das ja gar nicht so hart anstellen. Hab ich doch gar nicht. Ich muss das nur richtig einstellen, sodass ich besser fliegen kann. Weil ich nicht so langsam bin. Na ja auch. Hast du ein Potato? Ja. Ich hab schon ein bisschen Knochenmehl drauf und völlig. Ich hab fast ein Stack von Potatoes. So. Ja. Hast du? Äh. Minecraft. Danke. So. Potato Gun und Atlas Gun. Sehr gut. Die Top. Okay. Ein Ofen ist schon mal fertig. Jetzt wollen wir es stick. Na ja. Ich find das schön. Findest du? Ja. Mit dem Portal ganz. Du nichts anderes? Ne, du mich auch. Du bist ein Arsch. Ich kann nichts dafür. Nein. Oh, wir haben Besuch. Hallo Zombie. Möchtest du deine Rechnung bezahlen? Ja. Aber heute nicht. Ich hab keine Zeit. Ich hab Besuch gerade oben. Ich hab keine Zeit Zombie. Boah, muss ich die Endzeit mit... Hier dann, hau ab. Brenn. Ach, was mach ich denn da gerade? Tschüss Zombie. Ach, draußen ist die Bergbench. Oder hier ist die Bergbench. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, drei Stück, nur. Drei Stück brauch ich noch. Und Block of Colts. 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 Das magst du. Nicht. Dachte ich. Du? Nö. Ja. Doch. Nein. 1, 2, 3. So. nachher Schimpfs ist eine Void. Eine Void, eine Void, eine Void pipe. Zack. Und Fluidocpipes. 2,2,1,2. das denn gerade so komisch 1 2 minimal hat spacken gerade sind die server überlastet von den kannst du auch aber das haben wir doch jedes mal wenn mehr spieler raus und einmal aber jetzt war mir auch noch zu dritt ja und dann geht ja ist aber voll ich sag mal wenn ich sagen wir sollten uns mal von den trennen die server gut sind aber man kann ja nichts angehen es kann ja auch über einen block löcke laufen ohne zu springen ja dies abhüllt ist das ja ja war ich gerade reingehauen was ziemlich gut ist oder auch manchmal nervt wenn du am bauen bist ja das stimmt aber was auch geil ist wenn du im wasser zugange wirst dieser schwimmboost oh ja hab ich mit dem clay gemerkt clay abgebaut gluck 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 ne 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 ist wirklich so black hat das schon gemacht was denn wo wir keine sorgen machen um die ganzen sachen was um armor geht kümmerst du dich schon drum black macht das schon ja kümmerht sich behutsam um das kind ja謝謝堡 2 steckbreite von 1,2 so ne fackel hier rein oder? ja ne fackel muss hier rein sehr gut 1,2 und Truster guckst du Leck? auch klar was schon wieder in der Hölle? schon wieder böse holen? Truster war ja nur arschteuer jawoll hol noch paar wir brauchen noch paar ehrlich Black warum? ist doch ganz gut brauchte man nicht früher eigentlich für dieses carbon fiber 4 coal dust? mhm in der Meinung ja aber jetzt brauchst du nur 3 nein du brauchst 4 coal ne gar nicht du brauchst diese carbon strips oder so daraus musstest du 4 machen oder so ich weiß es nicht als nächstes machen wir ähm coal als nächstes machen wir da raus nö generato äh ja genau ein laser generato hä? wie lange nehmt ihr noch auf? keine ahnung warum? ja mhm ich möchtes wissen äh ich sag mal so zwei stunden noch zwei stunden auf jeden fall noch meinerseits Black ist nämlich so ein monster suchti ja nein du doch nicht ich würde ganz grob mal bis um 8 sagen ja ja sag ich ja so zwei stunden zirka auf jeden fall noch dann haben wir gute vier stunden ja oh tut mir leid wir haben es jetzt 6 uhr 15 circa in der früh ja 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 wir haben zu viel ruhig gemacht weißt du ja ja wir haben immer das schwert ne ja mach ruhig ähm hast du den portal direkt in die hölle reingemacht? ne geht leider nicht komm mit ja ich geh dann mal hoch ne achso und in der habe ich oben auf dem portal eins so direkt zur farm ok dann mach du schon mal weiter ich werde jetzt sagen ich glaube mich jetzt zu langsam ist es um titinium in der zeit titinium? ne da kann ich keine Fortale machen ah schade ok hm dann habe ich titanium da ist centustum aber zwei dafür ein laser generator also drei dinge hole ich mir jetzt zwei generatoren ja einmal für den generator oh einen punkt sag ich auch äh einen für den generator ja und zwei für äh die pickaxe obwohl wir können ja erstmal zwei für die pickaxe reicht erstmal scheiße da passt die wohl nicht dran alle vier und einmal um den generator zu äh benutzen überhaupt richtig ich hab den raum einen zu klein gemacht ich hab den raum einen zu klein gemacht ich hab den raum einen zu klein gemacht bin ich dumm guck mal guck mal